Was die zehn Ringe aus Shang-Chi und Kamalas Armband aus der Miss Marvel-Serie gemeinsam haben und was diese riesigen Ringe aus dem neuen Ant-Man-Trailer damit zu tun haben und was sagen die Avengers dazu? Sie passen zu keinem Artefakt unseres Codex. Was denkt ihr? Nicht das Vibranium. Chitaurin? Keine außerirdischen Technik, die ich kenne. Was ist das? Ein Signal. Sie senden eine Nachricht. Eine Nachricht? Wohin? Genau, das ist hier die Frage. Das ist, warum wir das gemacht haben. Wie ein Satellite für tiefes Raum. Aber, Quantum. Warte, warte ein Moment. Du sendest ein Signal ins Quantum-Round. Schau es aus. Jetzt! Die Ringe senden also ein Signal direkt an Kang. Du hast mir geholfen. Und dieser möchte nun Ant-Mans Hilfe, um an die Ringe und an das Armband zu kommen. So, was wird es sein? Ant-Man. Kamalas Armband wurde übrigens in der Serie in einer Höhle gefunden, welche den Zehnringen gewidmet war. Dort besteht also bereits die Verbindung. Aber weshalb die beiden Marbles hier die Plätze tauschen, ist mir immer noch ein Rätsel. Schreibt mir die Lösung bitte in die Kommentare. Lasst ein Like da und folgt mir, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Wenn ihr dann mal an. Und wenn ihr dann auch noch einen' Ringe will, Und das passt. Und das ist das ganze Zeit.